So, wir wollen uns hier einmal den Einsatz von Grafen in einem einfachen Beispiel vor Augen halten. Man stelle sich vor, man habe hier einen Stadtplan. Dieses Graue hier, das stellt einen Fluss dar. Und man hat jetzt die Aufgabe, von einer bestimmten Position aus, beispielsweise von dieser Position aus, eine Rundtour durch die Stadt zu machen, wobei man diesen Fluss über Brücken überqueren kann. Hier ist eine Brücke, hier ist eine Brücke, hier ist eine Brücke, hier ist eine Brücke, hier unten ist eine Brücke und hier sind auch nochmal zwei Brücken. So, und es ist nun die Aufgabe, dass man von diesem Punkt aus hier losläuft, dabei jede dieser Brücken überquert und so die anderen Stadtteile erreicht. Mit der Auflage, dass man aber jede dieser Brücke nur genau einmal überqueren kann. Und die Frage, die sich dann stellt ist, gibt es einen solchen Rundweg, der über genau jede Brücke genau einmal führt? So, wenn wir uns das als Betrachter anschauen, dann kann man nochmal ausprobieren. Für eine Maschine ist das aber schwierig zu verarbeiten, weil diese Karte, die hier vorliegt, da stellt sich natürlich die Frage, wie stelle ich das überhaupt im Computer dar? Auf einer Seite kann man sich natürlich auch fragen, brauche ich diese ganzen Informationen, beispielsweise die genaue geometrische Information, wie dieser Fluss hier verläuft, wie die einzelnen Straßen verlaufen? Oder genügt eigentlich eine viel abstraktere Darstellung? Und das wollen wir uns einmal überlegen. Also, ich bin hier an diesem Punkt und ich kann jetzt einfach mal jeden dieser einzelnen Stadtteile mit einem weiteren Punkt kennzeichnen. Ich mache hier nochmal einen Punkt hin, hier nochmal einen Punkt hin, hier nochmal einen Punkt hin. Und ich benenne die auch mal. Und zwar, ich benenne die mal, das Ding und das nenne ich mal V0. Und ich male mir das hier nebenan einfach auch nochmal hin. Ich schreibe hier einfach V0. Das stellt sozusagen diesen Stadtteil hier im Inneren dar. Den Teil hier oben, den beschrifte ich mit V1. Auch hier male ich mir nochmal den entsprechenden Punkt V1 hin. Den Teil hier unten mit V2 und den teile ich hier hinten mit V3. Auch das male ich mir hier nochmal hin. So, und wie sind nun diese einzelnen Stadtteile miteinander verbunden? Und jetzt kommen genau die Brücken ins Spiel. So, von dem Stadtteil V0 gelange ich über diese beiden Brücken zum Stadtteil V1. Ja, und diese Brücken kennzeichne ich jetzt einfach mal als so eine Verbindungslinie hier zwischen V0 und V1. Genau das Gleiche mache ich mit zwischen V0 und V2. Auch hier gibt es wiederum zwei Brücken. Auch hier habe ich entsprechend zwei Linien. Von V1 komme ich zu V3 mit einer Linie. Von V0 komme ich ebenfalls zu V3 hier über diese Brücke. Entsprechend male ich eine Linie hin. Und von V2 komme ich ebenfalls zu V3 über diese Brücke hier unten. Und auch hier male ich eine entsprechende Linie hin. So, das, was wir hier aufgemalt haben, das bezeichnen wir als Graph. Und das ist im Prinzip eine abstrakte Darstellung der Informationen, die wir hier zur Behandlung unseres Problems, nämlich die Suche nach einem Grundweg, ausgehend von einer bestimmten Position, hier der Position V0, in die übrigen Stadtteile mit dem Besuch, mit einem einzigen Besuch dieser sieben Brücken. Ja, ob dieser, ob solch ein Grundweg möglich ist. So, die Karte ist sozusagen die detaillierte, genaue Darstellung. Wir haben das Ganze hier vereinfacht. Und das Problem, was ich hier anhand dieser Karte aufgemalt habe, kann ich nun auch mithilfe dieser abstrakten Darstellung, dieses Gebildes aus, ja, hier Punkten, die irgendwie beschriftet sind, und Linien zwischen diesen Punkten bearbeiten. So, da muss ich, was ich hier beiget bin. Untertitelung des ZDF, 2020